So, ich bin der Weberbauer von Brexel und jetzt sage ich euch nicht eines, ob es regnet, stürmt oder schneit, die Pferdemistheizung, die geht so jederzeit und wenn es nicht klappt, jetzt gehen wir rein und schauen uns die Temperatur an. Schieb es mir mal das Handy bitte, das sind unsere Energieproduzenten, die Pferde, bei deren schlechten Wetter halt, da sind die alle hier beim Stall herinnen. Da haben wir jetzt eine Vorlauftemperatur von 62 Grad, Rücklauf ist 40, weil momentan sind die Leute beim Skifahren und da braucht man natürlich jetzt nicht so viel Wasser. Und wem es genau interessiert, geht es auf www.netevpower.com und da könnt ihr nachher reinschauen, was wir genau machen. Vielen Dank. 1. 12. 13.